10 Tage vor dem Champions League-Finale gegen den FC Liverpool ist Superstar Cristiano Ronaldo bei Real Madrid wieder ins Training eingestiegen. Wie die Königlichen auf ihrer Webseite mitteilten, stand Trainer Zinedine Zidane bei der Einheit am Dienstag sein gesamter Kader zur Verfügung. Weltfußballer Ronaldo war zuletzt wegen einer Knöchelverletzung, die er am 5. Mai im Klassico beim FC Barcelona 2 zu 2 erlitten hatte, ausgefallen. Neben Europameister Ronaldo stand auch Daniel Cavallal wieder auf dem Platz. Der 26 Jahre alte Verteidiger musste zuletzt aufgrund einer Oberschenkelverletzung kürzer treten. Real um den deutschen Weltmeister Toni Kroos könnte am 26. Mai 20.45 Uhr in Kiew gegen die Reds und ihren deutschen Teammanager Jürgen Klopp das dritte Mal in Folge den Henkelpott in die spanische Hauptstadt holen. Der 26 Jahre alte Verteidiger Wille hat Erich